Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu dem neuen Video. Als ihr mit KNX angefangen habt, bzw. wenn ihr jetzt gerade erst mit KNX angefangen habt, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr euch ein kleines Demo-Board aufgebaut habt, wo ihr Komponenten platziert habt, die ihr dann programmieren könnt und mit denen ihr testen könnt. Genau das gleiche habe ich natürlich auch, gerade auch um Videos hier für diesen Kanal produzieren zu können. Und ich möchte euch heute in dem Video mal zeigen, worauf ich geachtet habe, als ich dieses Demo-Board zusammengebaut habe. Denn ich habe es letztens noch einmal komplett überarbeitet. Und was ich genau dabei überarbeitet habe, das zeige ich euch nach dem Intro. Wie ja schon erwähnt, wahrscheinlich habt ihr es auch so gemacht, als ihr mit KNX angefangen habt zu lernen, dass ihr euch ein kleines Demo-Board aufgebaut habt mit Spannungsversorgung, 1-2 Sensoren und vielleicht noch einem Aktor, um einfach so ein bisschen die KNX-Geräte testen zu können, bzw. allgemein sich mit KNX beschäftigen zu können, bevor man dann live an die Anlage geht. Und nichts anderes habe ich letzten Endes auch hier, um diese Videos für den YouTube-Kanal produzieren zu können. Und mein Demo-Board, das sieht folgendermaßen aus. Der ein oder andere kennt das vielleicht schon aus der KNX und ETS-Fibel, wenn nicht, unbedingt mal hier oben den Link auschecken. Dort habe ich nämlich dieses Demo-Board in einer leicht anderen Form verwendet, um euch zeigen zu können, wie man bestimmte Funktionen mit KNX programmieren kann. Darum soll es aber gar nicht gehen, denn ich möchte euch zeigen, worauf ich geachtet habe, als ich letztens dieses Demo-Board umgebaut habe. Und da wart so ein Stück weit ihr dran schuld. Aber warum? Naja, mich hat es gestört, dass ich jedes Mal meine USB-Schnittstelle an meinen PC anschließen musste und einmal quer durch den Raum, jetzt mal übertrieben formuliert, meine KNX-Leitung verlegen musste, um das Demo-Board verwenden zu können. Und da war ein Tipp von euch in den Kommentaren zu dem Video, welche KNX-Schnittstelle sollte man wählen, wirklich Gold wert. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns doch erst einmal den Grundaufbau dieses Demo-Boards an. Bei mir auf dem Demo-Board habe ich im Grunde genommen drei KNX-Linien. Wir sehen hier auch drei Spannungsversorgungen. In der ersten KNX-Linie ist einmal der Thepen-Aktor hier angeschlossen und noch ein paar Tastsensoren auf der rechten Seite. Und auf der Linie 1.2, da hängen auch noch eine Wetterstation, ein Rauchmelder und noch ein paar Tastsensoren. Die Linie 1.1 bzw. die Linie 1.2 werden hier jetzt von zwei Spannungsversorgungen, die ganz unten sitzen, entsprechend versorgt. Dafür habe ich nebendran, wir sehen es hier, die Reihenklemmen, über die ich dann die Bus-Spannung versorge. Und auf der dritten Linie, naja, die ist eigentlich nicht wirklich so richtig existent, denn dort sind eigentlich nur die beiden Linienkoppler angeschlossen und zusätzlich noch die Vagosteuerung, die aber gleichzeitig auch ein IP-Gerät ist. Also standardmäßig in der Konfiguration, wie ich die Anlage gerade betreibe, ist es so, dass ich zwei Linien habe. Oben drüber dann die Bereichslinie, also die Linien sind über Linienkoppler miteinander verbunden. Oben sitzt dann entsprechend die SPS-Steuerung, die gleichzeitig auch noch ein IP-Router ist und dadurch habe ich dann entsprechend Zugriff. Vom Aufbau her bin ich ein Fan davon, so habe ich auch andere Testboards von mir aufgebaut, dass ich entsprechend links Hutschienen mir platziere mit solchen Verdrahtungskanälen und rechts nebendran habe ich dann einen ganz normalen Brüstungskanal, in dem ich die Tastsensoren dann über ganz normale Schalterdosen beziehungsweise Schalterdosen für den Brüstungskanal entsprechend einbauen kann. Dadurch bin ich extremst flexibel auch bei der Positionierung der Tastsensoren, kann die einfach hoch und runter schieben. Wenn ich jetzt mal einen größeren Tastsensor einbaue, kann ich auch mal eine Dose rausnehmen und das hätte ich natürlich nicht, wenn ich hier jetzt einfach Hohlwanddosen in die Holzplatte eingebaut hätte, dann hätte ich da nicht die Flexibilität. Deshalb mache ich das hier oder allgemein ganz gerne über solche Brüstungskanäle. Dasselbe gilt dann an der Stelle natürlich auch für die Verdrahtung. Die mache ich hier über die Verdrahtungskanäle, weil ich eben hier auch wieder flexibler bin und hier durchaus mal auch Geräte abklemme und andere Geräte dranklemme, gerade jetzt in Bezug auf die Videos, um die Geräte einfach testen zu können. Und bisher war es eben immer so, dass ich eine USB-Schnittstelle an eine von den beiden Linien angeschlossen habe und die dann an meinem PC angeschlossen habe. Und da dachte ich mir, das müsste doch auch einfacher gehen. Und da war ein Tipp von euch in den Kommentaren wirklich super, denn was ich jetzt hier gemacht habe, ist folgendes. Ich habe hier, wir sehen es in der zweiten Reihe, einen kleinen Router sitzen. Und dieser Router macht nichts anderes, als er baut hier ein kleines Netzwerk auf, bestehend aus der Bargesteuerung. Und dann habe ich hier noch zwei IP-Router, dazu komme ich aber gleich zu sprechen. Und mit diesem WLAN-Router, beziehungsweise mit diesem Router, der baut eben noch ein WLAN-Netz auf. Damit verbinde ich mich dann mit meinem PC und kann diese Anlage programmieren, ohne dass ich hier großartig irgendwelche USB-Schnittstellen verbinden muss. Und wir hatten ja auch in dem Video gelernt, dass die IP-Router in der Regel, dass ich damit schneller programmieren kann. Der kleine Router hier ist eigentlich nicht für die Hutschiene. Was ich an der Stelle einfach gemacht habe, dass es trotzdem dort sitzt, sind zwei Hutschienenhalter. Dort habe ich entsprechend Klettband draufgeklebt und kann dann hier den Router einfach entsprechend dran befestigen oder entsprechend lösen, wenn ich diesen Router nicht brauchen sollte. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Jetzt vielleicht nicht für das kleine Testboard, das ihr euch aufbaut, um mal sich mit KNX beschäftigen zu können. Da ist es ja vielleicht durchaus ausreichend, wenn ihr einfach mal das USB-Kabel oder das Netzwerkkabel zwischen der Anlage und eurem PC verbindet. Aber gerade als Inbetriebnahmetool ist das natürlich extrem cool. Denn wenn ich als Inbetriebnahmetool dann letzten Endes einfach eine Box habe mit Spannungsversorgung, IP-Router und entsprechend diesem kleinen Router hier, dann kann ich mir natürlich immer schön meine Box irgendwo hinstellen, mit der Anlage verbinden. Da muss ich natürlich dann noch drauf achten, ist die Spannungsversorgung, brauche ich die gerade oder nicht. Wenn nicht, schließe ich es einfach direkt an der Anlage an und kann dann mich über WLAN mit dieser Inbetriebnahmebox verbinden und kann die Anlage entsprechend programmieren, ohne dass ich dabei irgendwelche USB-Schnittstellen über die Baustelle werfen muss. Das Ganze ist jetzt hier noch verbunden über einen kleinen Switch für die Hutschiene, was hier an der Stelle auch völlig ausreichend ist. Und ich habe hier dann sogar noch einen weiteren Port frei, falls ich beispielsweise hier mal ein KNX-Gerät anschließe, das nochmal separat eine Netzwerkschnittstelle hat, wie beispielsweise der iPort oder entsprechend andere Geräte. So, jetzt ist aber vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich hier Linienkoppler und dann direkt nebendran, wir sehen, dass hier die beiden Weinzellgeräte, auch noch eine IP-Router habe. Das macht ja hier eigentlich überhaupt keinen Sinn, denn ich habe ja die beiden Linien, die sind über Linienkoppler verbunden mit dem Bereich und mehr brauche ich natürlich. Und dann sehen wir hier jetzt unten drunter, dort habe ich Reihenklemmen mit Trennmesser. Das müssen jetzt keine N-Trennklemmen sein, es gibt beispielsweise auch extra Trennklemmen für Steuersignale, dann bauen die Reihenklemmen entsprechend nicht so breit auf. Aber was ich damit im Prinzip machen kann, ist, ich kann zwischen Linienkoppler und IP-Router hin und her switchen. Wenn ich also das zweite und vierte Messer aufmache, dann sind entsprechend die beiden Linien mit dem Linienkoppler verbunden. Mache ich jeweils die ersten und dritten Trennmesser auf, also unterbreche die Verbindung, dann sind die Linien mit den jeweiligen IP-Routern verbunden und ich habe letzten Endes ein Netzwerk, bestehend aus drei einzelnen Twisted-Pair-Linien, die alle über IP miteinander verbunden sind. Das hat für mich einfach den Vorteil, dass ich hier unterschiedliche Topologien einfach testen kann. Und ich kann dadurch natürlich auch dafür sorgen, dass ich eine Linie komplett vielleicht als Insel betreiben möchte, indem ich einfach beide Trennmesser aufmache. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr euer KNX-Demo-Board aufgebaut habt. Deshalb lasst mich das unbedingt mal gerne unten in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr ja auch gar kein KNX-Demo-Board gebaut, sondern direkt an der Live-Anlage programmiert. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr vielleicht auch Anregungen habt für mein KNX-Demo-Board, was man vielleicht besser machen könnte, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da noch ein paar coole Ideen habt, dann lasst mich auch diese gerne unten in den Kommentaren wissen. Vom Umfang her ist wahrscheinlich das Standard-KNX-Test-Board ein wenig einfacher geschickt. Dort langt ja in der Regel eine Linie, wo ich dann entsprechend die Geräte hier anschließe. Zusätzlich dazu habe ich auch noch einen anderen Testaufbau, den ihr hier schon auf dem YouTube-Kanal gesehen habt. Das ist eine recht einfache Lösung, zumindest so wie ich das Ganze aufgebaut habe. Dieser zweite Testaufbau, hier sind jetzt noch die Komponenten aus dem Video zum Thema Heizungssteuerung dran angeschlossen. Der zweite Testaufbau sieht so aus. Das ist hier eine Halterung mit dem 3D-Drucker gedruckt. Die Datei bzw. den Link zu der Druckdatei verlinke ich euch unten in den Kommentaren, falls ihr das nachbauen wollt. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, vier einzelne Hutschienen bzw. Tragschienen zu montieren und kann dort eben flexibel Geräte platzieren bzw. abklemmen. Von der Spannungsversorgung habe ich das hier so gelöst, dass ich hier direkt die 230 Volt über eine Anschlussleitung anschließen kann. Die Bus-Spannung, die hole ich mir dann allerdings von meinem großen Testboard, indem ich unten einfach das Bus-Kabel an die Reihen klemmen, anschließe. Und dann kann ich hier auch mal nur einzelne Geräte entsprechend platzieren und für die Videos aufnehmen. Also ich sage mal, gerade dafür, wenn man nur ein paar Aktoren testet und vielleicht mal aufbauen möchte, finde ich die Lösung eigentlich ideal. Da habe ich an der Stelle aber natürlich so ein bisschen die Einschränkung. Ich kann hier nicht allzu viele Geräte drauf platzieren. Und Tastsensoren kann ich hier an der Stelle natürlich auch nicht anschließen. Damit soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Heute mal ein etwas kürzeres Video, aber ich hoffe, ihr fandet es interessant und es hat euch gefallen. Lasst mich unbedingt auch wissen, wenn ihr Anregungen habt, was könnte man vielleicht besser machen. Denn eure Anregungen sind wirklich Gold wert. Entsprechend habe ich das Demo-Board letztens ja auch umgebaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Wenn ihr Wünsche habt, lasst mich auch das gerne in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und ich freue mich dann, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.